Hallo zusammen und willkommen zurück zur Unreal Engine. Heute geht es um Projektile bzw. generell um das Spawnen von irgendwelchen Characters und zwar nach Classes. Also wir hören jetzt sozusagen wieder mit dem lahmen Blueprint gedöhnt auf und schauen uns an, was wir so cooles machen können. Dazu eine kleine Einführung noch, nein, nicht in was langweiliges, sondern in was cooles. Klassen und Objekte. Wir können uns hier unten Variablen erzeugen, hatten wir schon gesehen. So und jetzt haben wir hier die Möglichkeit Objekte auszuwählen. Wenn wir über 1 drüber fahren, dann sehen wir hier immer, wir können uns eine Referenz und eine Klasse auswählen. So und den Unterschied werden wir heute kennenlernen. Eine Referenz ist tatsächlich ein Objekt, was ihr in der Hand habt. Also sprich zum Beispiel diese SM Door. Das ist eine ganz konkrete Türe, nämlich diese Türe hier. Das ist eine wirkliche Instanz von dieser Türe, die auch wirklich so in unserem Blueprint hier existiert, in unserem Viewport. Das, dann spricht man von einer Referenz. So und wenn wir hier nochmal gucken, ja gut, wir haben hier noch die zweite Möglichkeit, eine Klasse. Das werden wir heute machen. Also bisher haben wir eigentlich immer mit Referenzen gearbeitet. Eine Klasse erzeugt uns sozusagen ein neues Objekt von einem gewissen Typ. Das heißt, wir bauen uns nach einer Idee ein neues Objekt. Und diese Idee kann zum Beispiel ein Blueprint auch sein. So, jetzt schauen wir uns das Ganze mal genauer, konkreter an. Wir wollen ja Projektile spawnen und dazu brauchen wir erstmal einen neuen Blueprint, nämlich das Projektil, was uns heute um die Ohren fliegen soll, beziehungsweise was dieser Türe um die Ohren fliegen soll. Gehen wir einfach auf Actor und geben dem Namen Projektil oder sowas. Projektile. Ich habe mich hundertprozentig verschrieben. Nein, ich habe mich nicht verschrieben. Wow. Projektile. Okay, so. So, was wir jetzt hier hinzufügen wollen, ist als erstes mal ein bisschen was für die Kollision. Da gehen wir hier unten unter die, ähm, nein, nicht unter die Basic Shapes, unter die Collision, Sphere Collision. Das ist diese, das ist ein bisschen groß, ehrlich gesagt. Na egal, das ist die Kollisions- oder der Kollisionsradius von unserem Projektil nachher. Und dann packen wir hier noch so eine Sphere rein. Es ist aber völlig egal, was ihr schießen wollt. Ihr könnt euch da auch, äh, Menschen oder Pfeile oder, ähm, von mir aus auch Bolzen oder irgendwelche coolen Dinger. Also denkt an Computerspiele. Wahrscheinlich seid ihr eh dadurch hierher gekommen. Da werden Projektile so häufig benutzt. Also, nur wenn ich mal an League of Legends oder sowas denke, jeder einzelne Spell ist ein Projektil. Und da kann man wirklich hunderte verschiedene Projektile mitmachen. So, und ziemlich coole Sachen. Wir werden jetzt hier erstmal einfach nur eine, äh, Shape nehmen. Ähm, und zwar eine bisschen kleiner machen. So ungefähr. Ähm, das ist jetzt unsere Shape. Die wollen wir verschießen. Wie gesagt, hier kann auch ein Fernseher drin sein oder was weiß ich. Ähm, genau. So, was wir hier drin noch haben wollen, ist ansonsten, ja, das ist eigentlich schon mal relativ gut. Ähm, allerdings brauchen wir hier noch ein, und hier unten sehen wir es gleich, ein Projectile Movement. Und wenn wir das hier eingeben, dann haben wir hier automatisch auf der rechten Seite haufenweise Auswahlmöglichkeiten für unser Projektil. Das heißt, so was wie Bouncing ist, also wie stark prallt das jetzt von irgendwelchen Objekten ab und so weiter und so fort. Und hier haben wir noch die Geschwindigkeit. Am Anfang ist unser Projektil ziemlich lahm. Äh, das heißt auf Null. Es fliegt, um genau zu sein, gar nicht. Es fliegt einfach auf den Boden und fertig. Das ist ein bisschen langweilig. Deswegen setzen wir das hier jetzt einfach mal auf 250 hoch. 250 ist sehr, sehr langsam eigentlich für ein Projektil. Ihr könnt es auch gerne mal auf 1000 setzen, aber ich möchte, dass man das recht gut erkennen kann. So, Max Speed lasse ich auf Null. Das ist in Ordnung. Ähm, hier unten bei Velocity ist ganz wichtig, dass es in die X-Richtung fliegt. Sonst fliegt es, wenn ihr Y nehmt, nach oben. Beziehungsweise, wenn ihr Minus X nehmt, fliegt es nach hinten. Und wenn ihr Minus Y nehmt, fliegt es einfach auf den Boden. Ähm, wollen wir natürlich nicht. Wir wollen, dass es nach vorne fliegt. Deswegen dieses X gleich 1. Velocity bedeutet sowas wie Geschwindigkeit. Das heißt, es, ähm, es fliegt einfach in geradeaus, sozusagen. Okay. Alles andere passt erstmal von meiner Seite her. Ähm, das ist unser Projektil. Wir speichern das ganze Ding, kompilieren es schon mal. Und jetzt müssen wir natürlich noch dafür sorgen, dass unser Projektil auch wirklich abgeschossen wird. So, dazu gehe ich jetzt in meinem langweiligen Fall hier, weil wir keinen Player-Character hier drin haben. Also, wir haben keinen Spieler hier drin. Wir können zwar hier rumfliegen wie ein Geist, aber wir haben an sich keinen Spieler. Spieler sind scheiße kompliziert und ich dachte mir, hey, warum sollen wir jetzt schon mit Spielern anfangen? Ähm, lasst uns doch erstmal mit was leichterem anfangen, wie zum Beispiel eben diesen Projektilen und noch ein bisschen Übung in diesen Blueprints kriegen. Und deswegen haben wir hier noch keinen Spieler drin. Ähm, ihr könnt auch mit einem First-Person-Level-Blueprint anfangen. Also, mit so einem Vordruck könnt ihr am Anfang auswählen, was ihr da nehmen wollt. Da habt ihr schon einen Spieler, da könnt ihr das dann machen, aber der kann leider schon Projektile schießen, deswegen ist es langweilig. So, ähm, was wir jetzt deswegen machen ist, wir gehen in den Level-Blueprint und hier hatten wir sogar schon die Autotüre und das Licht drin. Ähm, wir fangen jetzt einfach hier oben drüber an und wollen hier, dass wenn man etwas drückt, zum Beispiel linke Maustaste, wir machen das einfach gleich mal, Left für linke Maustaste, Left-Mouse-Button, wenn wir linke Maustaste drücken, dann wollen wir, dass ein Projektil geschossen wird. So, was bedeutet jetzt ein Projektil geschossen wird? Naja, wir wollen ein Projektil erschaffen. Und dazu geht es jetzt genau um diese Klassen, um die ich gerade herumgeredet habe. Ähm, wir wollen ein Actor spawnen und zwar Spawn Actor from Class. Das heißt, wir nehmen uns eine Klasse zur Hand und überlegen uns, wie soll denn, also wir wollen einen Actor, einen neuen Actor haben, das soll so ein Projektil sein. Aber dieses Projektil existiert ja noch nicht in unserer Welt. Und weil es noch nicht in unserer Welt existiert, spawnen wir das nach einer Klasse. Wenn es dann in unserer Welt drin ist, dann redet man von Objekten bzw. Referenzen. Das ist das, was wir bisher immer gemacht hatten. Ähm, zum Beispiel bei der Türe, ähm, wie man hier unten auch sehen kann. Ähm, das ist ein SM-Door, ist eine konkrete Türe in unserem Spiel drin. Das hier oben ist noch nicht existent, das gibt es einfach noch gar nicht. Wir wollen uns ein neues erschaffen. Und ein neues Objekt erschaffen, dazu braucht man immer eine Klasse. So, und jetzt haben wir hier die Möglichkeit, aus allen Klassen eine auszuwählen. Ich würde euch stark empfehlen, hier oben die Suchleiste zu benutzen. Wir nehmen hier Projectile und geben hier einfach fix ein, was wir für eine Klasse spawnen wollen. Klar, wir können das Ganze auch als Variable hier einfügen. Ähm, wie wir das bislang immer gemacht haben, hier mit diesen Fäden. Aber, das brauchen wir ja jetzt gerade nicht. Wir haben ja hier immer genau dasselbe Projektil, was wir spawnen wollen. So, und, ähm, jetzt haben wir noch die Möglichkeit, oder was heißt die Möglichkeit? Wir müssen hier noch sagen, wie oder wo wir es spawnen wollen und in welche Richtung. Ein Projektil braucht immer eine Transformation. Transformationen sind unglaublich mathematisch. Das sind Matrizen, wenn man es genau nehmen möchte. Es ist scheißegal, ob ihr wisst, ob was eine Matrix ist oder was nicht. Ähm, braucht ihr eigentlich auch nicht wissen. Wir wollen uns aber hier das Ganze zusammenbauen. Und jetzt überlegen wir uns mal, wo wir das Ganze spawnen könnten. Ich schaue mir mal kurz hier die Welt an. Hm, wie wäre es denn, weil wir jetzt gerade keinen Spieler hier drin haben, wie wäre es denn, wenn wir einfach unseren Startpunkt hier, also das Ding benutzen, um immer diese, ähm, diese Projektile zu spawnen. Normalerweise, wie gesagt, würdet ihr hier euren Player Character nehmen. Das heißt, ups, ähm, hierher, das heißt, wir würden hier sowas machen wie, ähm, Player. Ähm, und dann hätten wir hier, äh, Get Player Character. Das heißt, das wäre das, was wir normalerweise machen würden. Aber, wie gesagt, da wir hier keinen Spieler haben, nehmen wir jetzt einfach mal unseren Player Start. Ähm, nicht Create Reference to Player, warum eigentlich nicht? Create Reference to Player Start. So, das ist genau das, was wir brauchen. Okay, so, jetzt haben wir aber unseren Player Start. Wie kommen wir jetzt von Player Start zu einer Transformation? Gut, eine Transformation wird aus mehreren Teilen gemacht. Ich gebe hier gerade mal kurz Make Transformation ein, oder Make Transform. Und dann sehen wir das. Wir wollen, dass das hier unsere Transformation wird. So, Skalierung brauchen wir keine. Wir brauchen aber eine Rotation, damit wir wissen, wohin soll unser Geschoss fliegen, also in welche Richtung. Und wir brauchen eine Position, an der unser Geschoss anfangen soll. Denn wenn wir keine Position angeben, dann wird es immer genau bei 0, 0, 0 angefangen. Das ist irgendwo mitten hier im Gebäude. Wir wollen das natürlich eigentlich dynamisch regeln. Das heißt, das soll sich bewegen können. Also, wir wollen es mal hier abfeuern können, mal da hinten, ähm, mal da. Ist egal wo, aber es soll nicht irgendwie fix sein. Und deswegen brauchen wir irgendeine Position. Okay, also gehen wir hier wieder mal auf unser, nicht auf unser Projector, sondern hier rüber. Wir brauchen also eine Position und die Richtung, in die wir schießen wollen. Gut, wie bekommen wir das? Von unserem Player Start, beziehungsweise generell von unserem Player Character geht das hier genauso. Können wir hier rausziehen. Ähm, Get. So, und jetzt können wir hier gerade mal gucken, hm, was haben wir denn hier, was so Get sein könnte. Und, ähm, ich gebe jetzt gerade mal noch ein bisschen was weiter ein, weil ich hier tatsächlich etwas faul bin zu suchen. Ähm, wir brauchen die Location. Location. Get Actor Location. So, und wir brauchen eine Rotation. Das brauchen wir auch davon. Get Rotation. Get Actor Rotation heißt, um genau zu sein. So, jetzt könnten wir das natürlich hier einfach so alles reinstopfen. Ist aber nicht ganz der Sinn der Sache, denn in den meisten Fällen wollt ihr nicht, dass diese Dinger direkt aus euch rausfliegen. Ich meine, ihr schießt normalerweise keine Kugeln aus eurem Brustkorb, sondern ihr schießt sie normalerweise aus eurer Waffe. Und deswegen braucht ihr so einen kleinen Offset vorne dran. So, was machen wir jetzt also? Wir brauchen einen Offset. Wir müssen einen kleinen Schritt in die Richtung gehen, in die der Charakter guckt. Denn in diese Richtung wird ja auch wahrscheinlich die Waffe zeigen. Okay, also sagen wir, wir nehmen uns die Rotation, wir nehmen uns die Location und addieren da einfach ein bisschen was drauf. Das heißt, wir schreiben hier einfach mal ein Plus rein. Vektor, Plus Vektor. So. Und ja, jetzt haben wir den ersten Vektor. Die Rotation können wir übrigens auch gleich noch hier reinpacken. Und das Ergebnis von hier können wir auch hier reinpacken. So, jetzt müssen wir irgendwie es schaffen, dass wir nach, also dass wir den, oh halt, den dürfen wir noch gar nicht. Sorry. Jetzt müssen wir es noch irgendwie schaffen, dass wir aus dieser Rotation den nach vorne Vektor bekommen. Eine Rotation gibt ja nicht immer den nach vorne Vektor ein. Das heißt, ähm, get, ah, wir machen es mit diesem Pin hier. Get. So, get Forward Vektor ist quasi das, da gucke ich nach vorne. So. Und wenn ich jetzt nach vorne gucke, dann kann ich das hier so reinpacken. Und, ähm, ja gut, es ist noch nicht wirklich gut. Ähm, weil wir, wir haben nicht wirklich viel drauf addiert. Wir haben jetzt einmal den Forward Vektor drauf addiert. Das ist leider relativ wenig, deswegen sagen wir hier, okay, wir multiplizieren diesen Forward Vektor normalerweise noch mit, ähm, wo haben wir es, Vektor mal Integer. Das heißt, damit schaffen wir dann, oh, jetzt habe ich langsam keinen Platz mehr. Ich schiebe das alles mal gerade so ein bisschen nach links, damit wir hier auch wieder ein bisschen mehr Platz haben. So. Ähm, was wir jetzt gerade machen ist folgendes. Wir wollen nach vorne gucken, und zwar sagen wir, wir multiplizieren hier ganze 100 drauf. 100 ist in dem Fall 100 Zentimeter, also ein, na, wobei ein Meter ist ein bisschen viel vielleicht. Hm, nochmal 50. Ähm, okay, was wir jetzt hier gemacht haben ist, wir ziehen uns die Richtung, also das ist die Rotation, in die der Character oder in die der Player start, je nachdem was hier steht, in die derjenige gerade guckt. Gut, so, daraus nehmen wir uns die nach vorne Richtung, also das ist bloß, wie rum ist er gedreht. Daraus kann man die nach vorne Richtung berechnen, das ist Get Forward Vektor, und, ähm, das ist ja nicht wirklich viel, das ist, um genau zu sein, immer Länge 1, der ist normalisiert, nennt sich das ganze Ding. Und, ähm, mit einem normalisierten Vektor hat man, wie gesagt, immer 1 nach vorne, naja, gut, 1 nach vorne, 1 Zentimeter nach vorne, ändert nicht wirklich was. Ich würde immer noch direkt aus meinem Brustkorb rausschießen, das ist nicht unbedingt das, was ich möchte, ich möchte ziemlich genau aus meiner Hand rausschießen, ähm, falls ich denn eine Hand habe. Und deswegen sagen wir hier, okay, wir multiplizieren das Ganze mal 50, das heißt, wir haben so einen halben Meter Offset nach vorne. Wenn ich jetzt so meine Hand mal so ausstrecke, ist vielleicht, kommt ganz grob hin. Ähm, normalerweise ist das hier auch ein Parameter, werden wir aber vielleicht noch genauer sehen, wenn es um den Character geht. So, und was ich jetzt mache, ist, ich nehme meine Position, wo mein Actor sowieso gerade ist, addiere nach vorne noch, also deswegen dieses Plus hier, packe quasi diese 50 Zentimeter Offset nach vorne drauf und jetzt habe ich die Position, an der meine Kugel spawnen soll. Und jetzt packe ich die in meine Transformation rein, das heißt, meine, äh, meine Kugel weiß schon mal, wo sie rauskommen soll. Jetzt weiß ich aber immer noch nicht, in welche Richtung sie rauskommen soll und das ist im Prinzip die Richtung, in die wir schauen, beziehungsweise in die derjenige, der hier vorne steht, schaut. So, und das Ganze macht dann eine Transformation und die kann man hier reingeben. Die Transformation, die hier gebraucht wird, interessiert sich eigentlich relativ wenig für die Skalierung, die, ich meine, die braucht man ja auch nicht. Wir wissen, wo wir hinschießen wollen, also in welche Richtung und wir wissen, ab wo wir schießen wollen, wo wollen wir quasi hinspawnen. So, und das ist im Prinzip das, was unser Projektil hier braucht. Gut, das war jetzt nicht ganz so easy, gebe ich zu, aber es ist eine super Übung, um sich ein bisschen mehr mit Blueprints vertraut zu machen und wahrscheinlich Projektile braucht ihr eigentlich in jeder Art von Spielmodus. Ich meine, selbst Age of Empires 2, wenn ich mich da noch richtig dran erinnere, da konnten die Bogenschützen logischerweise Pfeile spawnen lassen. Also das ist auch im Endeffekt in etwa so eine Mechanik dahinter gewesen. Klar, die haben es nicht so programmiert, aber es ist zumindest so in etwa gewesen. Okay, jetzt habe ich einfach mal auf Play geklickt und meine Maus ist weg. Ah, das ist nicht gut. So, jetzt klicken wir hier nochmal auf Play und wenn ich jetzt linke Maustaste drücke, dann sehen wir hier, es fliegt ein Ball gerade so nach vorne. Und je öfters ich drücke, desto mehr Bälle fliegen da durch. Warum die jetzt hier durch den Boden durchfliegen, liegt daran, dass wir hier keine Kollision eingestellt haben. Kollisionen sind nochmal ein relativ großes Thema. Jetzt noch eine kleine Spezialfrage für euch. Warum geht diese Türe da hinten auf? Das ist gar nicht so einfach, da muss man ein bisschen überlegen und da kommt es dann auch wirklich auf euren Gehirnschmalz drauf an. Wir können nochmal gerade unseren Level Blueprint angucken. Das ist aus einem vorigen Video, wenn ihr nicht alle Videos bei mir gesehen habt, macht das gar nichts. Und zwar haben wir hier gesagt, On Actor Begin Overlay, wollen wir, äh, Overlap, wollen wir hier diese Türe öffnen. So, warum öffnet sich diese Türe? Naja, wir spawnen ein Projektil. Dieses Projektil ist aber auch ein Actor. Das heißt, die Türe wird geöffnet, weil die Kugel reingespawnt wird. Wenn wir jetzt hier allerdings eine Referenz zu unserem Spieler Actor reinbringen, dann wäre das ein bisschen was anderes. Ähm, das heißt, wir müssten hier statt On Actor Begin Overlap, müssten wir jetzt, ähm, unseren Spieler Begin Overlap machen, beziehungsweise generell alle Spieler. Ähm, aber ja, im Prinzip macht es auch nichts, wenn die Kugel da durchfliegt und, äh, die diesen Overlap macht. Okay, das zu den wunderbaren Projektilen und dem Spawn von irgendwelchen Aktoren. Hier, wie gesagt, das ist nicht unbedingt auf Projektile begrenzt, damit kann man auch irgendwelche Spieler spawnen lassen oder irgendwelche Türen oder Kisten oder sonst irgendwas. Einfach hier die Klasse auswählen, die ihr wollt und das ist einfach eine Blueprint-Klasse, die ihr selber, ähm, ja, euch aussuchen könnt. Ich kann gerade noch mal was Witziges machen. Wir können nämlich hier auch unsere intelligente Türe spawnen lassen, das will ich jetzt gerade mal selber sehen, wie das aussieht. Ähm, absoluter Nonsens, klar, aber ich kann Türen schießen, wie wir sehen können. Woo! Okay, ähm, ja, ich kann Türen schießen und ich hoffe, ihr könnt das Ganze auch. Und ich hoffe auch natürlich, es hat euch gefallen. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!